Lalalala Mirosage fertig machen schwelle durchzocken Leute da sind wir wieder bei Let's play Mirosage Letzmal haben wir auf das Schiff geschmuggelt und dieses Mal versuchen wir in dem Schiff irgendwas zu erreichen Ich hab mir vorgenommen übrigens dieses Spiel ab nun durchzuspielen Okay, los geht's Fatsch Fatsch Bewegung! Bewegung! Okay Outsch Ah Ich will so lange warten Das wäre schonmal Oh 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 Böseidiot Nein Ja, natürlich Okay Oh 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 Halt Oh 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 Ja, tschüss. Warum? Der hat mich nicht getroffen. Ey, das ist nicht wahr. Ne, tschüss. Eier tritt. Bam. Eier tritt. 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 So, okay. Jetzt müssen wir uns diese Schweine krallen. Eier tritt. Eier tritt. Eier tritt. Eier tritt. Oh, shit. Eier tritt. Wanner. Und tot. Das war klar. Okay, Leute. Wir müssen das irgendwie anders machen. Also einfach durchrennen. Wir könnten den Probe vermissen machen. Aber so erstmal. Seid gute Nacht. So, wir müssen auch versuchen, die nicht getroffen zu werden. Das ist ein Vorteil. Jetzt falsch rum. Das ist ein Vorteil für die Kraftausdruck. Sorry für die Kraftausdruck. Puh. Mann. Wollt noch. Ah. Ich weiß. Ich vergesse den Waffen. Und tot. Oh, ich lebe noch. Cool. Ja. Nicht mehr lange. Boah. Habt ihr das gesehen? Voll reingewirkt, ey. Angriff. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Was? Wo? Von hinten? Warum? Ne. Nicht mich. Ist mir egal. Tschüss. Was? Kein Interesse. Wie schnell ich da bin. Okay. Ich schalte die beiden Clowns aus. Und meine. Den ganz hinten sollte ich vielleicht auch nehmen. Ich weiß nichts. Und tschüss. Sollte weh tun, oder? Ja. Ich hoffe es. Wenn ich schießen dürfte, dann wäre das hier ganz schnell fertig. Dann wäre ich hier ganz fix durch. Aber nein. Ist ja so. Mann, leck mich. Jetzt. Gehörst du mir. Nein. Ich hatte ihn doch. Ey, dann springt die nicht. Warum ist denn nicht gesprungen? Was soll das, Faith? Willst du irgendwie sterben, oder so? Dann kann ich... Ach, wenn... ... könnte ich ihn theoretisch entwaffnen. Deutlich. Ja. 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 Sich könnte ihn theoretisch entwaffnen. Ja. Was zur... Mann, tschüss. Keine Situation zum... ...entwaffnen, Leute. Das sollte ich finden. Vielleicht noch mal ein bisschen üben. Tschüss man. Ich steh'n bleibe! Jetzt! Warum? Geht's hier raus, wo geht's hier raus? Geht's hier raus, wo geht's hier raus? Was hier? Nein. Schreck, schreck, schreck. Was hier? Nein. Okay. Nein, 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 nein. Was? Und tschüss. Ich muss den Ausgang finden. Nein! Nein, ich wende's nicht auf dem Waffenzug. Nein! So weg kriegt mich das Spiel nicht. Einzelte Verstärkung, 30 Sekunden. Okay. Hier ging's also raus. Ja, super. Oder? Nein! Oh! Boah! Geht's hier raus! Nein! Geht's hier raus! Nein! Super! Echt geil! Letztes ab, die V-E-M-A! Die V-E-M-A! Die V-E-M-A! Dreht mir die V-E-M-A! Bewegung! Bewegung! Wir gehen bei der Skosu. Feindfest der Verstärkung 30 Sekunden. Tot. Oh, geile Scheiß. Leute, ich bin jetzt kurz davor zu sagen, ey, ich nehme jetzt nicht Waffen und dann, äh, ich bin zu ihm. Feindfest der Verstärkung 30 Sekunden. Na klar. Leute? Okay. Ich glaube gleich muss ich die Valmen und schaffe ich das hier nicht. Reindfest der Verstärkung. Mist! Feindfest der Verstärkung. Oh, tot. Jo. Hab mich nicht gewundert. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. 30 Sekunden. Au. Oh, ich hasse es. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. 30 Sekunden. Au. Oh, ich hasse es. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. Reindfest der Verstärkung. 30 Sekunden. Reindfest der Verstärkung. выйh. Reindfest der Verstärkung. Uff. Vf. Es tut mir leid, dass ich gerade echt berühst bin, aber... Moment! Bin ich an... ...ETWAS! ...concentrated. Ich war schon Ausdruck, kann ich denn dann nicht durch. Muss doch hier irgendwo einen Weg geben. Denken mir, der war da vorne. So, da vorne. Stryken! Natürlich! Und dann, wenn man es wirklich mal davor gekämpft haben wollte, dann haben wir nicht mehr viel Zeit zu schauen. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ja, tschüss. Oh, das waren ja nicht alle von der Milette. Nein! Das ist das Schwierige, kommt ja noch. Eins, Gäste, Verstärkung, 30 Sekunden! Ja! 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 Nein, nein, nein. Und tot. Von wo kommen die da runter? Die kommen ja von oben, das weiß ich. Los, los, los! Und tot. Okay, man kann hier durch, das steht schon mal fest. Leute, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mist! Das ist die scheiß Lacken hier, dass ich mir das zu viel gesetzt habe. Das ist doch alles kacke. Nervt mich jetzt gerade nicht, okay? Ich habe doch was zu tun. Ja! 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 Da kommen wir wieder raus! Da kommen wir raus! Super. Spiel? Du bist dumm. Tschüss. Warte! Äh, man hört sich halt nicht an, aber ich bin echt tot super aufzugeben, weil irgendwie, also... Maaan! Einsatz der Verstärkung 30 Sekunden. Ich suche das jetzt gerade extrem auf. Ja, 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 der kommt ja mal am Arsch. Warte mal. Ich hoffe, ich habe mich gerade versehen. Oder verguckt. Oh, ehrlich? Ich glaube, ich weiß, was das passiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jo. Geil. Oh, das ist jetzt auf dem Rass. B克, O. Wendung in der Strecke nach. Anstrenger Befestigung 30 Sekunden. Warte, ich habe es rausgeknitzen, aber ich ziehe mich im Arsch. Anstrenger! Tschüss Mann, das Timing für seinen Waffenkrieg war nie Und dann Timing, die Rauchkrieg kommen Und dann Timing, die Rauchkrieg kommen Ich bin immer legernd Naja, gut, ich bin immer legernd Lass mich jemand ruhe... Nein Leute, gleich nehm ich die Knarren, dann baller ich die weg Verknüpft Das ist zwar jetzt nur eine verschließende Stelle, weil du das so selbst mit Waffen hast Und das schon im Normal-Mode Ja? Einsatz der Verstärkung 30 Sekunden Das könnt ihr euch, glaube ich, in ungefähr vorstellen Wie schnell sich das jetzt im... Okay, das war's, das will ich so für mich langfristig Wie gewah' in w Ich glaube nur, ich habe ihn zu sehen. Oh, ich habe ihn zu sehen. Ich habe ihn zu sehen. Ich habe ihn zu sehen. Ja, ich habe ihn zu sehen. Jetzt weiß ich wo ich lang muss! Scheiße nochmal, das ist lang gedauert. Okay. Fast aufgegeben, wenn es das hat. Also ich nehm schon, dass... also... schwer unsam auf diese Challenge, das ist schon richtig cool. Also das ist... Also ich würd's fast nur empfehlen, wenn man das Spiel schon ein bisschen zweimal durchgespielt hat. Also im Leicht wär das hier wahrscheinlich ziemlich leicht. Weil, äh, der Schädlichkeitsgrad bezieht sich ja, ähm... in Leicht und Normal höchstens auf die, äh, Kämpfe. Und, äh, im neuen Schwert ist er dann auch normal natürlich nicht so normal, aber... auch... SONDERS... tot. MAUM 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 Besonders in den Kämpfen... Pass mal auf! Hey, DUDE! Mal den Genick! Was schon?! WUH! Hihihihihi! Meinen... RERKING... PK-Idioten! Dem hässlichsten Logo auf der Welt! Boah! Anstrengung der Verstärkung gleich verkauft! Wie ich so'n Anstrengungs-Scheiß-Logo sehe! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich hässliche Logo! Das ist unglaublich hässlich ist! Mann! Warum? So. Okay, das ist eigentlich so'n Logo, äh, weil wir hassen alles wirklich. Deswegen wollen wir die alle vernichten. Und aus keinem anderen Grund, dass sie, äh, durch müssen oder so. Nein! Weil sie sein hässliches Logo haben. Okay. Mir geht's irgendwie an Fun von mir. Okay, genau so. Koppik! Auch! Je nachdem wie man's nehmen will. So, könnt jetzt mal bitte... Koppik! 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 Danke! Koppik! 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 Nachdem der Versteckung, dreig Oh! Koppik! Ok, der Tyb wird aufziehen. Leck mich. Ich hasse diese... Leck ist das 7-8. Die Vorhung abgeschossen. Riech für die Wege im Nachhinein! Jetzt, wo ich weiß, wo ich hin muss, ne? Da kann ich diese Luschen auf einmal nicht mehr wissen. Einschränkungen der Verstärkung, 30 Sekunden. Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Wenn ich zuerst den Tyb mit der Shotgun-Killer... ...heine vielleicht besser... Ich hab die im Nachhinein. Lieferung abgeschossen. Riech für die im Nachhinein! Was schon?! Einzige. Eintreffung der Verstärkung 30 Sekunden. Mann, Dinge Eintreffung der Verstärkung... ...die stehen ja im leeren Raum. Tot. Ich krieg hier noch Anfälle. Bremse ich auf die Marke! Sieht auf die Marke schon! Riegel nicht in den Arm! Jo. Nein! Bremse ich auf die Marke! Sieht auf die Marke schon! Riegel nicht in den Arm! Ah, Fein! Wärm! 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 Minio, fuck! Halt, das ist der Verstärkung! 30 Sekunden! Ach! Ohhhh! Warum krieg ich die Sache aber nicht mehr platt? Leute, ich treffe es nicht mehr. Das ist eine scheißegal, das ist echt. Ich muss das so spät, wenn ich durchhaben möchte. Sehr langsam. Richtig, auf die Nerven geht. Angst, das ist der Verstärkung 30 Sekunden. Jetzt ist es ein bisschen besser schon. Verwägung, Verwägung! Mann, weil die auch immer zu zweit sein müssen. Das ist unglaublich. Ich habe Entwaffnen gedruckt. Verstehst du? Besser! Feindkäst der Verstärkung 30 Sekunden. Arms to them. Boah! Hu! Häh! Häh! Warum? Warum? Hä? Häh! Leute, das ist jetzt echt nicht zu glauben fassen, Ah ey, ich krieg hier gleich so nen Kollaps. So, könntet ihr schmuchten? Ja, bitte, gut hier vorbeilassen, das wäre ganz nett. Los, los, los! Ich muss mich grad echt konzentrieren, dass ich mich auch so... Uiich! Tut mir grad leid. Nein! Nein! Komm schon! Wir hängen sich von 7a. Die Kommen haben abgeschlossen. Verliegen dir die Fee in der Hand! Oh fuck! Was ist das? Zeit, Gattester Verstärkung, 30 Sekunden. Das war der Shotgun-Typ. Das war noch der fette Gewehr-Typ. Das war's für mich. Ja klar. Ja klar. Leute. Mir reicht's. Zwei endgültig. Wenn der jetzt nicht dieses Waffe im Nächsten braucht, also diesen und demnächst im Zwei Versuch um die Kaffe... ...dann wird dann von irgendeinem die Waffe und die meisten diesen Typen nicht schnapp. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Na klar Ok 1 Ich will das nicht Ich will es nicht tun, aber langsam kann ich nichts mehr. Ich habe Nerven und ich habe Hunger. Und beides zehrt an mir. Und vor allem ist es dieses verschissene Spiel.